Hey Leute, hier ist Ledator und herzlich willkommen zum 41. Let's Play auf Leechass. Okay, ich habe Weiß und ich spiele mit Kim77 und starte mit E4. Und von ihm kommt, ihm oder ihr, oh da müssen wir aufpassen, Kim kann beides sein. E4, E5, okay Springer C6, dann spiele ich mal Spanisch mit, läufe nach B5 und es kommt die klassische Variante. Und ich roschiere hier. Und C3, bereitet D4 vor, A6, Läufer C4, aber ich meine man kann auch Läufer A4 spielen, das ist, was ist hier besser? Läufer C4 sieht irgendwie natürlicher aus und der Läufer steht mehr im Zentrum. Und es wird auch D5 erschwert, jetzt spielen wir Läufer nach C4, gehen wir doch direkt in diese Linie. Und jetzt D4 und Weiß hat ein schönes Zentrum. Okay, ich möchte meinen Springer entwickeln. Turm nach E1 vielleicht vorbereiten. Ich überlege hier schon so ein bisschen an so Opfern, das ist, Läufer schlägt, König schlägt, Springer hierhin. Aber König G6 und ich sehe nicht wirklich, wie ich weiterkomme. Wenn der Läufer ungedeckt wäre, dann wäre das sicherlich eine gute Variante. Was ist eigentlich mit E5, 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 was ist mit E5, ich weiß nicht, na E5 klappt wahrscheinlich noch nicht. Okay, spielen wir die, spielen wir die sichere Variante mit Läufer E3, sodass falls er hier schlägt, Moment, er ist ja trotzdem zweimal drauf, dann hätte er doch eigentlich schlagen können. Das überlege ich jetzt gerade. Ja, da hätte er doch schlagen können, aber jetzt habe ich Dame nach B3, ich probiere es einfach aus. Dame B3, weil zumindest drohe ich hier mit Schach, hier droht er einen Schlag und ich habe hoffentlich genügend Zeit, meinen Springer zu retten oder auch nicht. Wenn ich jetzt hier schlage, wenn ich da schlage, kann er da erst schlagen, das ist wahrscheinlich der Punkt. Okay, dann bringe ich meinen Turm auf die Linie, wenn er hier schlägt, dann ist das auch okay, darf er das gar nicht tun. Ich gehe da hin, oh, ich muss echt aufpassen hier, das sieht alles bedrohlich aus. Meinen starken Läufer kann er jetzt abtauschen. Jetzt nimmt er erst, okay. Ich möchte jetzt hier irgendwie angreifen, aber ich glaube nicht, dass das schon funktioniert. Er spielt auch ziemlich schnell, das ist, ich weiß nicht, ob er sich damit in Gefallen tut. König nach H8, bereitet Turm nach G1, Turm G3 vor. Ich habe nämlich ein bisschen Respekt vor dem Angriff hier auf dem Königsflügel, aber wenn ich mich hier konsolidieren sollte, dann denke ich, stehe ich gut. Turm auf G1, droht so ein bisschen, Läufer schlägt da 6. Turm auf G3. Okay, dann Turm G1, Turm D nach G1 und ich möchte mich in Sicherheit wägen. Und jetzt sieht es eher für ihn langsam ein bisschen unangenehm aus. Außer ich spiele vielleicht auch König H8 und Turm G8 und dann sieht es relativ ausgeglichen aus. Ich habe zwar hier einen unangenehmen Doppelbauer, aber ich sehe gerade nicht, wie er den jetzt irgendwie akut angreifen könnte. Von daher, noch bin ich relativ... Oh, ich hätte ihn sofort schlagen können. Oder? Ne, hätte ich nicht, weil dann hat er noch Springer nach G5. Ah, okay. Also wenn ich schlage, dann könnte er hier... Moment. Achso, ja genau, dann kann er... Ne, der kann nicht... Ich hätte so... Hätte ich sofort schlagen können. Das sieht irgendwie auch gefährlich aus. Also für ihn gefährlich. Ähm... Schwierig. Ich habe das Gefühl, dass ich hier auf Gewinn stehe, aber ich muss auch jetzt sehen, wie... Ich habe wenig Zeit. Wieso spielen das so schnell? Was ist denn los? Ja, dann machen wir den. Tauschen ja alles ab und am Ende... Hm, am Ende... Na ja. Den. Es droht immer noch hier drüben. Ach, den hat er noch. Den hat er noch. Hm. Springer hierhin könnte aber... Ich gehe dann vielleicht einfach da hin und die Drohung da hinten ist immer noch... Da schlägt er es da. Interessant. Aha. Ja, ist vielleicht ganz vernünftig. Oh, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss ja einfach... Ich muss schnell spielen. Ich habe immer noch so Drohungen hier. Hm. Ich nehme mal da. Öffnet ein bisschen die... Na, die Dame. Es könnte jetzt auch sein, dass ich diese Partie verliere, aber ich weiß noch nicht. Also... Sieht zwar nicht so gut... Was macht er da? Okay. Äh... Geh mal da hin. Droht hier, droht das, droht vielleicht auch da. Jetzt kann ich den Bauern gewinnen. Ich nehme mal mit. Hoffentlich ist er nicht vergiftet. Gut, sein Springer deckt jetzt wieder diese... Diesen schwachen Punkt. Das ist... Das wäre mir recht gewesen, das zu verhindern. Jetzt hat er vielleicht Turm hier hin und... Oh, der unten droht. Aber bei dem... Bei dem... Habe ich da jetzt einfach ab... Also aktuellen Bauern mehr. Ne? Ja, ich glaube, ich muss den spielen, weil ich darf nicht zulassen, diese Linie zu verlieren. Und... Habe ich einen Bauern mehr. Gut, das ist ein Doppelbauer, aber... Äh... Besser als nix. Besser als nix. Vorwärts. Der deckt den. Vielleicht verliere ich den auch wieder. Kann sein. Dann ist es so. Oh, aber ich habe auch ein bisschen Tricks. Aber er hat vielleicht Springer G5. Ah. Oh. Hier gibt es so viel zu berechnen. Okay, ich muss schnell ziehen. Schade, dass er hier Springer G5 hat. Das ist schade. Dame hierhin sieht auch gut aus. Sieht einfach zu gut aus. Vor allem sieht seine... Meine Zeit zu schlecht aus und seine zu gut. Das ist... Das ist das Hauptproblem, denke ich hier. Sonst... Sonst hätte ich hier schon Chancen. Aber so... Oh, der... Hängt. Den kann er nicht spielen, weil ich da schlage. Habe ich hier noch Chancen? Habe ich hier noch Chancen? Ich weiß es nicht. Mein Springer verteidigt hier ganz gut. Ich hätte doch da schlagen können. Oder? Ich probiere es nochmal. Vielleicht. Wer weiß. Ah, jetzt hat er es gesehen. Jetzt hat er es gesehen. Ah, und er hat... Ah. Das ist gut. Da hat er recht. Da hat er recht. Raus aus der Fessel. Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss sie einfach schnell ziehen. Droht der? Droht... Nein, der droht nicht mehr. Der droht nicht mehr. Ich habe keine Zeit mehr. Ja, jetzt muss ich hier auf Zeit irgendwie noch versuchen. Ja, den hat er auch noch gesehen. Auf Zeit noch versuchen, hier was rauszuholen. Ihn ein bisschen testen. Na komm, jetzt testen wir ihn ein bisschen. Er hat nicht mehr viel Zeit. Er hat nicht mehr viel Zeit. Vielleicht wird es ja noch ein Remis. Wer weiß. Und der Bauer, der schafft es nicht in der Zeit. Der schafft es nicht. Dann wird es vielleicht ein Remis. Achso, er hat noch 10 Sekunden. Ich dachte nur... Äh, 7 Sekunden. Ich dachte ich. Ja, das schafft er wahrscheinlich gerade so. Da wäre matt dann da hinten. Hat er nicht gesehen. Warum auch immer. Dass da sofort matt gewesen... Oh, das war aber knapp. Das war aber knapp. Ja, aber er hat es noch geschafft. Herzlichen Glückwunsch an Kim77. Ich glaube, ich stand da besser. Aber dann ist mir einfach die Zeit ausgegangen. Na, hier nicht. Aber weiter vorne. Wo war denn das? Ja, ich denke sogar, selbst hier... Selbst hier stand ich besser. Das war da mein Fehler. Ja, vielleicht war das Dame... Aber wo soll sie sonst hin? Dame B4. Vielleicht wäre Dame B4 besser gewesen. Dame H4 war irgendwie komisch. Und hier, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Das gibt einfach den Bauern her. Aber schwer, bei so wenig Zeit eine gute Entscheidung zu treffen. Naja, aber so läuft es eben. Also Glückwunsch an Kim. Gut gespielt und vor allem schnell gespielt am Ende. Ich habe ihn noch ein bisschen, ihn oder sie, noch ein bisschen unter die Probe gestellt. Oder auf die Probe gestellt. Aber er hat es noch geschafft. Und genau. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr so Videos sehen wollt, dann wie immer abonniert den Kanal. Wenn ihr euch im Schach verbessern wollt, dann schaut gerne meine Playlist Schachlern an. Ah, und jetzt gerade eine Sache, wenn ich jetzt gerade verloren habe, das kann ich vielleicht auch noch sagen. Oder muss ich leider sagen. Ist, dass es... Ja, Kommentare auf meinem Kanal gab. Ich habe wenige. Ganz viele tolle, positive Kommentare, die ich gerne lese und so weiter. Aber ich muss die Kommentare auch lesen, ein paar wenige, die so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, so ein bisschen von Neid was zeigen. Die dann sagen so, was war einer von den Kommentaren irgendwie, du bist gar nicht so stark. Oder irgendwie, ich habe in irgendeiner Blitzpartie irgendwie einen schlechten Zug gemacht und dann hat irgendjemand drunter geschrieben, der und der Zug, der war schlecht, du bist gar nicht so gut. Du bist schwach. Du bist nicht stark. Du bist schwach. Du kannst das... Du bist kein Profi. Oder so. Irgendwie sowas. Und das ist so der Neid, den ich da bei einigen leider lesen muss, die nicht zugestehen können, wenn jemand was wirklich drauf hat. Wenn jemand in etwas wirklich gut ist. Und ich kann zu Recht behaupten, dass ich wirklich gut bin und dass ich ein Profi bin. Zumindest nach meiner Definition von Profi. Wie gesagt, ich sage mal so, Profi sehe ich ab einer Wertungszahl von ungefähr 2000. Das sehe ich als ein Profi an oder als ein Experte. Es gibt da noch andere Definitionen, aber ich halte die für eine sinnvolle Definition, weil ich bin mit meiner Spielstärke besser als rund 97% aller Schachspieler. Also das sollte im Profibereich auf jeden Fall liegen. Klar, es gibt noch Spieler, die sind im Top 1%. Ich bin in den Top 3%. Das ist nach meiner Ansicht schon sehr, sehr gut und sehr stark. Gibt welche im Top 1%? Klar, gibt es auch noch. Aber es gibt immer jemanden über einem. Es gibt immer noch jemanden, der noch besser ist, noch stärker. Und daran kann man sich natürlich orientieren und schauen, dass man selber noch besser wird. Klar, aber vor allem soll es durch Datum gehen, beim Schachspielen Spaß zu haben, eine Freude zu haben und so gut zu spielen, wie man kann. Und das ist okay so. Und Fehler gehören auch dazu. Und als Fehlern kann man lernen. Und auch starke Spieler machen Fehler. Natürlich. Und wenn jemand einen Fehler macht, dann macht das denjenigen nicht automatisch zu einem schwachen Spieler. Selbst die stärksten Spieler der Welt machen zum Teil wirklich ziemliche Fehler. Mit zum Teil meine ich, die machen ganz selten Fehler. Die machen fast nie Fehler. Die spielen sehr, sehr gut. Aber selbst solche ultra starken Spieler, pardon, selbst solche Spieler, die machen auch mal einen Fehler. Das ist menschlich. Und daran ist auch nichts verwerflich. Und man sollte einfach, wenn jemand eine hohe Leistung erbringt, die anerkennen. Und nicht drauf rundtrampeln, wenn er dann mal eine Partie verliert oder irgendwo einen schlechten Zug spielt. Das passiert. Das ist menschlich. Das ist menschlich. Genau. Und generell nicht andere so abwerten. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. So dieses, dass man hier Spieler irgendwie, wenn dann jemand da sagt, dann irgendwie sagen, guck mal, welchen Fehler er da gemacht hat. Guck mal da. Und da so mit dem Finger drauf zeigen. Und irgendwie, es geht doch nicht da drum. Es geht doch da drum, was zu lernen und sich zu verbessern. Und nicht zu sagen, das ist dann ein schlechter Spieler, weil er einen Fehler gemacht hat. Was soll denn das? Genau. Das ist das eine. Und das andere, was ich bei, ja gerade bei manchen deutschen Schachspielern sehe, ist, dass sie kritikunfähig sind. Zum einen dieser Neid, extreme Neid zum Teil, und zum anderen dieses kritikunfähig sein. Das sehe ich bei meiner Videoserie Amateurspieler besiegen, weil da hatte ich schon so manche Kommentare, die drunter standen mit, ja, aber der Lidato ist schon ein bisschen arrogant und wenn er so von Amateurspielern spricht und hält sich für was Besseres. Nee, darum geht es nicht. Es geht einfach darum, dass ich, dass ich ungeschönt darüber spreche, was ich aus 20 Jahren Schacherfahrung beim Spielen mit Amateuren gelernt habe. Und wie ich, was ich gelernt habe, wie man diese Amateurspieler typischerweise besiegen kann. Darum geht es. Und das muss man auch sagen können dürfen, ohne dass irgendjemand da jetzt ein Riesenproblem damit hat. Weil das, diese Kritikunfähigkeit von manchen Spielern, die finde ich auch bedenklich. Und die tun sich damit selber nichts gut. Nichts Gutes. Es wäre viel besser, wenn sie sagen würden, ah, ich nehme das an. Ich nehme das an, was er sagt und prüfe, ob diese Fehler, die ihr da nennt, bei den Amateurspieler besiegen Videos, ob ich die auch mache. Und wenn ja, dann kann ich da dran ja arbeiten. Und nicht, oh, jetzt hat er das und das über diese Spieler gesagt, oh, fühlt er sich als was Besseres. So ein Quatsch. Es ist einfach Kritik. Nicht nur Kritik, sondern eben, ich gebe ja auch Tipps und Tricks an die Hand, wie man diese typischen Fehler der Amateurspieler ausnutzen kann. Genau. Das wollte ich einfach mal so ein bisschen als Moralpredigt halten. Genau. Und da wäre ich sehr froh, wirklich, und auch andere, es geht ja nicht nur darum, dass es jetzt über mich gesagt wurde oder da irgendwie Kommentare. Es gibt es genauso über andere Topspieler, wo dann solche Kommentare drunter stehen. Und da sehe ich das absolut genauso, dass das einfach nicht angebracht ist. Unangemessen solche Kommentare. Genau. Und dass ein Topspieler nicht Angst haben muss, oh, wenn ich jetzt einmal einen Fehler mache, dann kommt irgend so ein Halbschlauer, der meint, er könne mich jetzt hier irgendwie abwerten und sagen, du bist ja nichts, wenn du hier jetzt einmal einen Fehler gemacht hast. Was ist denn dann los? Das ist einfach ein Armutszeugnis irgendwie von solchen Leuten, die einem so kommen, die da nicht. Also das sind diese zwei Punkte. Einmal Neid und zum anderen Kritikunfähigkeit. Ich finde es schade, wenn ich sowas immer wieder sehen muss. Ich dachte immer, wir sind ja alle erwachsene Menschen und Schachspieler, dachte ich immer, sind auch, wie soll ich sagen, da bewusst oder denken da bewusst und ja, aber es gab halt eine kleine Minderheit oder eine kleine, wo ich da leider enttäuscht wurde, weil ich dachte, die haben das noch nicht verstanden. Die haben das noch nicht verstanden, dass man im Schach jede Leistung würdigen sollte, egal wie hoch diese Leistung ist und dass, wenn mal jemand einen Fehler macht, dass der dann nicht automatisch ein schwacher Spieler ist, sondern man muss das große Bild sehen, man muss das große Ganze sehen, wie spielt er denn allgemein so und dann kann man von mir sich anschauen, wie häufig macht er den Fehler, aber nicht, wenn er einmal einen Fehler macht, ist er deswegen ein schlechter Spieler, so ein Quatsch. Genau. Okay, genau, das war jetzt ein bisschen harte Worte, aber vielleicht, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Ich hoffe, ihr stimmt mir da drin zu. Wie gesagt, gilt nicht, die meisten meiner Zuschauer sind absolut total tolle Zuschauer, die tolle Kommentare schreiben und die immer mit dabei sind und wo ich die Faszination richtig spüren kann. Das freut mich auch sehr und mit diesen Zuschauern spiele ich auch gerne oder unterhalte sie gerne mit meinen Videos. Genau, und ich hoffe, das bleibt so und diese Leute, die meinen, mich oder andere abzuwerten, nur weil sie mal einen Fehler machen oder die kritikunfähig sind, die nicht damit klarkommen, wenn man bei Amateurspielern sagt, was typische Fehler sind und wie man die ausnutzen kann. Wer damit ein Problem hat, der soll von meinem Kanal weggehen. Den brauchen wir nicht. Da sollte ich irgendwas anderes anschauen oder irgendwas anders machen, ist mir egal. Ich habe jedenfalls auf meinem Kanal nichts verloren. Genau. Also, soviel der harten Worte, aber es muss sein, es ist wichtig, sowas auch mal anzusprechen. Und alle anderen sind natürlich herzlich eingeladen und herzlich willkommen auf meinem Kanal und ich hoffe, dass ihr euch auf meinem Kanal weiterhin wohlfühlen werdet. Ich werde alles dafür tun, dass dieser Kanal weiter auf so hohem Niveau bleibt und auch in der Kommentarspalte ein so tolles Gesprächsklima weiterhin herrscht. Das schätze ich sehr. Und genau, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und bis dahin alles Gute. Macht's gut. Ciao.